Wir kommen zu einer zweiten Lesung und zwar wir uns jetzt Eva Riedi und Jury Kleinburti, wie sie schon an den Namen hören, die beiden Abgesandten des abtrünnigen SVP-Landes sozusagen von Graubünden. Ich habe Jury vor zwei oder drei Jahren mittlerweile mal kennengelernt bei einem Projekt, wo es darum ging, die Schweizer Literatur, dass die Schweizer Literatur sich gegenseitig austauscht und er hat sehr, sehr gerne hier mitgemacht. Er hat gleich gesagt, ja, selbstverständlich schreibe ich da und hat sich entschieden, mit Eva Riedi zusammen etwas zu machen. Ich finde, ein sehr schöner Beitrag ist das geworden. Sie schreiben sich gegenseitig Briefe und reden dann über Kulturpolitik. Davon werden wir jetzt ein Stück hören. Bitte. Die Geschichte des Jahres Die Geschichte des Jahres Vöjla, Cera Heydee. Grazie Ficium per die Swelt des Cortes-Resposta. E grazie per d'Meu Bell'Nauf Nomme. Piedr. Sacre Bell' El accent kannuus. Erste ternus in Engedina. In Engedina. du nennst elpischöns Päder, edäja Borneau, Lioa, Ladys, der skrätten Stuart-Nienger-Tenger wie dell'Originelle de la Johanna. Schi, el professionalism, kunkäldäja mia piu grande fadilla. Ilse temps, cia viveva Van Gogh, dern als Professors Chokos de Seppitura, ed ence del 1900, es stoh un, cishlupateva, kultplet, dilettantism, municium de Chanum, sin pover Van Gogh, ci però, oramai, per fortuna, dera ja löns mort. Kunkikonu veli pretender, če las skriventes e skriventes rumens, či nun emen, čme publicio im kuders sajn tuots talents alla Van Gogh, škunjušies e kundanosa la vita in miseria. Ma kis li stezi ušeja, če in nos gremiums strets Čes la velja da publicer calčos, či sajenta il normel, če in čepđer pična, čo in kultures pi larges. Čes lėsultat čel, publicer il prim kuders, pa imbekeles e kels, či skriven imeut usito, črčino ultrabollandое dotO kors imagined lived. Česu Sprmernack, č sunkušies, če imbekeles thanks, črčina dėj khusuru padeva, črčina da oramia, črčina o familje, Čes oxijant Čes. und er hat einen bestimmten Weg, einen bestimmten Weg, einen bestimmten Weg, einen bestimmten Weg zu dem Original, der wir, die Gesellschaft, den Torn des Einburgs sind, einen mehr als der Original, einen mehr als unsere Perspektive und eine Wahl der Midaquella. Perspektivenwechsel ist das zauberer Wort. Lieber Peter, zu Copernicus nur noch dies, wusstest du, dass er ein wegweisendes Schreiben zum Thema Geldtheorie verfasst hat, dies nur um einen weiteren Kreis zwischen Kunst und Wirtschaft, Innovation und Wirtschaft, Systemdistanz und Wirtschaft zu schließen. Wir kommen um das Thema Geld nicht herum, die Frage ist nur, wie wir damit umgehen, aber das wiederum wäre insgesamt ein ganz anderes Thema. Ich finde, Geld ist nicht mehr und nicht weniger als einer der vielen Aspekte unserer Kommunikation und das ist nicht ganz von mir, das habe ich von Luhmann entlehnt. Und wir beide, wir haben auch nichts anderes gemacht, als zu kommunizieren. Ich freue mich schon auf den Wein. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.